Hallo, mein Name ist Gamze. Hallo. Was? Wer bin ich und wie viel? Nein, warum? Was hat mich denn damit zu tun? Oh Gott. Cut. Also wir befinden uns hier irgendwo in Berlin an irgendeinem Rathaus und drehen heute Gericht. Shirin muss vielleicht in den Knast und Schuld ist der hier. Sie selbst und wir hoffen, dass sie drin muss. Wir sind gespannt, bin mir noch nicht sicher, aber sie selbst. Sie ganz alleine. Dieser Banküberfall, das war von Anfang an allein Shirins Idee. Weil man das nicht macht, dass man zu einem Banküberfall fährt, sich ins Auto setzt und dann denjenigen, der die ausgeraubt hat, davon fährt. Strafbar. Und das kommt ans Licht. Ich war tierisch verknallt. Ich hätte alles für sie gemacht. Als Typ will man da natürlich cool sein. Selbst wenn sie einem so was bekloppt wie einen Banküberfall vorschlägt. Das war also die Idee der Angeklagten? Ja. Weil er wirklich, wirklich, wirklich böse ist mit der Shirin und sich restlos verarscht fühlt, setzt er noch einen drauf und schiebt ihr den gesamten Überfall bzw. die Planung in die Schuhe. Probiert ihr das in die Schuhe zu schieben. Sie war die Anstifterin, sie ist die Böse. Eigentlich ist der Erik doch der Liebe. Der Erik ist die eigentliche Shirin und Shirin ist der eigentliche Erik. Bevor ich Shirin kannte, hatte ich überhaupt nichts mit dem kriminellen Milieu zu tun. Sie war aber damals schon in der Drogenszene und hat sie ja ideelt. Das ist nicht wahr! Naja, Erik, ähm, lügt. Aber als wir vor der Bank waren, da konnte er nicht. Ich hatte Angst, richtig Panik. Aber Shirin, die hat mich nur ausgelacht und meinte, ich bin ein Lappen. Meinte, ich soll eine Line ziehen, damit ich nicht die Hosen voll habe. Das ist gelogen, es war genau andersrum. Bitte seien Sie still, Frau Akinci, Sie sind nicht dran. Aber wenn eine Lügnerin über jemanden sagt, dass er lügt, sollte man es vielleicht hinterfragen. Shirin lügt nicht. Nein. Auf jeden Fall, Leute, wird es sehr spannend. Bleibt dran, schaltet auf jeden Fall ein und bleibt dran.